hallo und herzlich willkommen hier in allen grad ja jetzt mit verkaufen silageballen ich habe mal so richtig geklickt und festgestellt ja du musst ja alle mal aufräumen das wird auch höchste also geräte die rumstehen und nicht gefahren sind mindestens um den hohen stellen und aber auch mal dass die karte war fertig es wird durch ist und wir haben noch 14 tage zu tun also in echt dann ja man kann man gucken emotionen machen so die frage aber halt nichts mehr anbauen ja wir sind geld haben gekriegt und ein feld verkauft was das mais fällt kann man so vor mannen die bilanz verfälscht hat und der bonus ja was so kommen wir um der andere wird man den Reitschieben wenn wir wieder ankommen kurz gemacht macht nix ja, ein paar Bahlen sind noch und die wollen wir noch alle rein rechts fällt auch noch mal wiese hier so ein anderer Teil ja aber von 9K das ist eine andere das ist eine eher so Lohn zur Basis Silo wir haben ja keine Platzkraft für zweite Silo und zweiten soll ich mal die Presse ausprobieren hat mit Gras gut funktioniert mit Mais hat es hier nicht funktioniert beim Marsch können wir sehen aber da ist nicht so weit lange nicht so weit ja, Freitag ist bei mir in Zukunft ein Leistbekan für Icarus mal ich sag mal so ganz vorne 16 Uhr mal 20 Uhr wie ich gerade Schicht habe wenn die vollkommen ist jetzt Mittwoch 20 Uhr bis zum nächsten Mal geht es um weiteres um zu machen ist ja aufwendig und das im Livestream macht sich das besser mal ob keine Bearbeitung erfolgen muss das ist auch ein Vorteil weil viele noch Twitch machen aber Twitch ist leider nur eine begrenzte Zeit zu führen und ja habe ich erstmal nicht vor und wenn ich da mal irgendwann auch ein Livestream parallel mitmachen würde ich fließe die aus einfach so ein Programm was jetzt gehen würde mit beiden zusammen ohne dass es extra kosten wäre bezahlen dafür Quatsch nicht aber ich muss immer eine Zeit für haben und Lust dafür auch nicht das ist eher zeitlich der Fall aber nur noch wenn ich mal mitbekommen würde oder so wäre als erstes wird es schwierig weil ich die Folgen fast in einer Woche im Voraus fertig habe damit ich in einer Woche keine Aufnahme machen muss oder ja muss oder was ich heute aufnehmen ist ja für Montag also für die Uhr wurde raus also es ist schon relativ spät aber heute muss ich noch die Marsch aufnehmen morgen die Silberung und dann ist dann für nächste Woche übernächste Woche die Marsch und Silberung habe ich mir hochgeladen und fertig termiert also Termine stehen muss ich nur noch Titel eintragen das mache ich dann morgen komm mal da und hier muss ich halt auch die Folgen bearbeiten und auch noch hochladen und Termine und so Bilder und so und noch Gras ja die Kurven habe ich auch selber teilweise nicht gemacht aber ich muss noch schenken ich könnte ja noch Bäume machen aber ich muss keine Lust haben Bäume wäre nicht so ganz lustig extra Maschinen machen und dafür das ja auch so der Fall ja so einige wollen haben wir hier also jetzt heizt der computer ein bisschen warm kalt ist draußen geworden warte mal muss ich das erste mal heizen noch habe ich 20 grad nicht ja ja schien ja und action nicht ganz jetzt können wir 9 9 9 5 9 oder stimmt noch mit was meint ihr sollt euch neue hardware auch mal vorstellen wie eine ich bekomme sowieso risch dann aufzeichnen oder beziehungsweise aufnehmen probieren rein in die kommentare noch heute dann wäre schon zu spät mir was vor wird verholung oder dienstag angucken online hier haben wir die preise gesenkt das ist das einzig gut das ist genau erfahrlich was geht gas auf keinen mehr es gab wieder einige updates jetzt auch mit meist plus aber meist plus sehr noch nicht aktiv das mache ich dann die nächsten karte wenn es küring ist auf jeden fall muss halt anpassen kürge geht ja zum not öffnen das weine wird schön bis vor der sonne 7 1 ja es auch es die wir uns und wir noch auch Ich hab mal früh mit der LED-Geheizung geheizt und guckte die Pfeffer auf. Oh, da ist es auch ganz schön, war zwar nur eine halbe Stunde, aber wochen wir nicht waren, mit der Outheizung, aber auch nicht ganz schön, muss man testen, 600 Watt Basis, mal schauen wie es aussieht, ich hab heute 1000 Watt gelaufen lassen, ist schon heftig, ich hab noch die Strompreisbremse da, 10 Cent, da geht zum Glück noch, da wird es so minimal keurer. Solarzell, da taucht auch nicht ganz hin, da auch nicht wo noch ein Fehler drin ist, wie ich in Schilder krieg. Scheiße, der Stecker nass. Ich hab sie rausgestellt, weil ich drin keinen Platz hatte. Kabelkammer ist heute das letzte. Ja, mal schauen. Werden ausgesteckt lassen, wollen wir mal gucken, was trocken ist. Jetzt ist so ein blöd Wetter. Erbst oder Winter fast, kann man sagen. Jetzt sind wir los, was du bitte. Und, da schauen wir. Und, da schauen wir. So, wir haben eine schnelle Geschwindigkeit. Ich spring mal zum Hof. Mal gucken, ob die BGH sagt. Jetzt wird das noch weniger. Die Bahnen sind alle weg, die eigenen. Wir haben noch ein bisschen Liegel. Bis geht hier nicht rein. Bis geht hier nicht rein. das hier noch leer bekommen das das war das Modus der Ordnung ist übrigens hier über den Anhänger ja man bräuchte immer zwei Silos eins wo im Prinzip immer die Lage rausholen das andere halt wo praktisch immer ein neues rein kann den Platz nur gucken ob wir da wenn es in Thüringen gerade ist entweder wir haben da eins mit Platz oder wir bauen da mit zwei zum Notfall kleinere das wird ja auch gehen aber hier war das auch eher das Problem dass wir zum Beispiel viele Felder nicht so arbeiten konnten weil da Wende gerade zu groß war für einige Stallen am Feld oder eine Wiese und dann entsprechend dann nicht so recht ja nicht wenden konnte im Fahren mit Berechnung ging es nicht ich sage mal schönen Dank weil sie reinschauen tschüss tschüss tschau ja morgen geht es hier weiter hier in den Ennergrad abbringe Mist so egal tschüss ja tschüss 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 Vielen Dank.